WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 explodiert und reißt damit vielleicht noch andere Gegner in der Nähe mit. Das könnte man auch noch mal austauschen, zum Beispiel, dass die Vortexgranate länger hält oder vielleicht, dass man sogar flüchtige Geschosse bekommt oder wir Verschlingen mitbekommen. Also das ist ein bisschen individuell. Und auf jeden Fall noch, Echo der Schwächung unserer Leeregranate schwächt unsere Ziele. Und wenn wir uns den Helm anschauen, habe ich hier ein leerer Helm mit unnachgiebiger Quellenschöpfer. Nach der Aktivierung unserer Klassenfähigkeit macht der nächste Kel mit der Waffe eine leere Elementarquelle. Dann habe ich hier noch einen Solararm mit mannigfaltigen Quellen. Wenn wir eine Elementarquelle erschaffen, bekommen wir direkt zwei. Und dann habe ich noch Einschlag Induktion Schaden mit Nahkampfangriffen reduziert die Granatenabklingzeit. Da wir oft mit unserer Attacke in die Gegner reinhuschen, was als Nahkampf gilt, bekommen wir unsere Granate wieder schneller zurück. Dann habe ich hier auf dem Exo noch mal Quelle der Dienlichkeit drin. Wenn wir eine Quelle aufnehmen, in dem Fall sind es ja dann zwei, bekommen wir Klassenfähigkeitsenergie zurück. Das heißt, wir haben noch mal schneller unser Ausweichen. Und das heißt wiederum, wir können schneller unser Nahkampf wiederbekommen, wenn wir in der Nähe von einem Gegner ausweichen. Dann habe ich noch Akkusbeine mit mächtigen Freunden. Einfach damit ich noch mal 20 Mobilität dazu bekomme. Priorität sollte bei dem Bild auch Mobilität und Belastbarkeit sein. Wer es schafft, kann ja noch gucken, dass er Stärke hoch kriegt. Aber die beiden ist auf jeden Fall ein Muss. Und der Umhang ist bei mir Stasis. Hier habe ich noch mal eine Leere Quelle der Macht. Wenn ich eine Leere Quelle, also jetzt bei dem Fokus eine Leere Quelle aufnehme, bei der mein Fokus entspricht, bekomme ich noch mal etwas Boost, Schaden auf meine Leere Waffen. Dann habe ich noch zweimal Allzweck Kickstarter drin. Wenn ich Klassenfähigkeitsenergie benutze, aufbrauche, bekomme ich ungefähr ein Drittel oder ein Viertel von der Energie sofort wieder zurück. Und damit ist die dann auch noch wieder schneller aufgeladen. Und jetzt kommt noch eines der wichtigsten Sachen bei den Waffen. Und zwar solltet ihr schauen, dass ihr eine Waffe dabei habt mit Repulsor-Verstärkung. Wenn wir nämlich leere geschwächte Gegner töten, bekommen wir ein Überschild. Und daher bekommen wir dann unser Überschild und kriegen dadurch natürlich noch mal weniger Schaden. Es gibt einige leere Waffen, nur leere Waffen, die halt diesen Perk haben. Aber es sind nicht nur Waffen, die Spezialmunition verbrauchen. Zum Beispiel die Ritualwaffe, die man gerade beim Schmelztjäger beim Vorhut Gambit bekommt, hat auch diesen Perk. Noch dazu kann man dann hinten weiter, kann man den Vorhut Perk auswählen, dass wenn wir einen Gegner töten mit dieser Waffe, dass unsere Gesundheitsregeneration einsetzt. Und das ist einfach insgesamt super mega geil und sehr stark auf jeden Fall. Also wer hat, unbedingt eine Waffe mitnehmen mit diesem Perk. Dann habe ich jetzt noch einen Dürresammler dabei. Einfach damit ich, wenn es gebraucht wird, hier die Season Mode reinpacken kann, aus dem Weg geschwächt, dass die Gegner halt nochmal geschwächt sind durch einen Granatwerfer. Aber an sich, hier und auch bei der Heavy Waffe kein Muss. Klar, dadurch, dass wir Quelle der Macht dabei haben, sollten wir schauen, dass wir vielleicht in dem Heavy-Slot nochmal eine leere Waffe mitnehmen. Aber ihr könnt da wirklich spielen, worauf ihr Lust habt. Egal, ob jetzt ein Schwert, ein Maschinengewehr, ein Linear-Fusionsgewehr. Da bleibt euch alles offen. Ja, das war so an sich das Bild. Also mir macht es ziemlich Spaß zu spielen. Sachen, die jetzt 30 Lichtlevel über mir sind, haben mich jetzt nicht wirklich aus den Socken gehauen. Klar, zwischendrin gibt es noch ein paar Situationen, die waren ein bisschen knapp, aber da bin ich dann selber dran schuld. Aber wenn ich mit diesem Bild schweren Content, in Anführungszeichen, machen kann, so Solo-Sachen oder so, oder im Dämmerungstrike richtig gut klarkomme, dann solltet ihr das auch hinkriegen. Also schreibt mir gerne mal im Kommentar, was ihr eigentlich gerade mal so spielt. Spielt ihr vielleicht das Exo noch oder vielleicht auch den Jagdfalkenhahn, was ich jetzt demnächst auch noch ein Video machen werde? Oder spielt ihr ein völlig anderes? Das würde mich sehr gerne interessieren. Ja, also lasst sehr gerne, wie gesagt, noch ein Abo da, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt und mich unterstützen wollt. Ich hoffe, dass wir dieses Jahr die 3000 Abonnenten knacken. Mal schauen, würde mich echt sehr freuen. Schaut gerne auf meinem Discord vorbei und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao! Leute, wir spielen eine ganze Zeit. Schauen wir mal kurz. Schauen wir mal. Vamos erstmal später. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Untertitelung des ZDF, 2020